Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zum DAX-Check heute am Mittwoch. Gestern, zur gleichen Zeit, haben wir uns hier an dieser Stelle gefreut. Der DAX, 15.538 Zähler, neues Rekordhoch, yes, wir gehen raus. Heute Morgen haben wir wieder lange Gesichter gesehen. Denn der DAX am Schluss bei 15.387, die Indikationen deuten auf Kurse von 15.250 Punkten hin. Was ist passiert gestern? Ja, die letzte halbe Stunde an der Wall Street war überwiegend von negativen Vorzeichen geprägt. Der DAO noch mal richtig nach unten durchgesackt. Auch S&P und Nasdaq, die Zeitweisen oder die Verluste ausgeweitet heute Morgen. Nikkei auch deutlich im Minus. Die Inflationsangst und die Zinssorgen sind wieder zurück. Mal sind sie weg, mal sind sie da, jetzt wieder da. Jetzt sind wir wieder in der Range bei 15.250 wahrscheinlich in dem Bereich. Ja, und wir kommen einfach nicht aus dieser Seitwärtsbewegung raus, nachdem es eben gestern so gut ausgesehen hatte. Aber es war wieder mal eine Bullenfalle, auf die wir aber jetzt nicht reingefallen sind. Wir hatten ja gesagt, wir überlegen oder wir warten ab, ob wir uns auf dem Niveau halten. Und dann gehen wir auch prozyklisch long. Aber es war wieder mal ein Signal, um short zu gehen. Und wie gesagt, solange wir in dieser Range bleiben, solange wir da keinen Ausbruch schaffen, ist es natürlich auch schwierig, hier dann prozyklisch mal long zu gehen. Auf der anderen Seite, das ist ja das Positive auch, sobald wir mal in dem Bereich 15.000 oder hier 14.800 sind, kommen die Käufer wieder in den Markt zurück, weil es natürlich auch keine Alternativen gibt. Jetzt schauen wir mal nach Frankfurt, ob wir schon Kurse haben. Haben wir auch ordentliches Minus von 0,99 Prozent. Ein Minus von 152 Punkten auf 15.232. Es ist wieder schwierig, möglicherweise die 15.000 wieder im Fokus. Aber einfach mal jetzt die nächsten Handelsminuten abwarten, inwieweit wir durchgereicht werden. Was natürlich hinzukommt und das macht es für die deutschen Werte wieder schwieriger, ist der steigende Euro. Das muss man wirklich mal als Problem sehen. Wir sind bei über 1,22 Dollar für einen Euro und bewegen uns hier in Richtung 52 Wochen hoch. 1,23,50 ist so die nächste Marke, die man im Auge hat. Das belastet natürlich die exportorientierten DAX-Werte. Und von daher mehrere Belastungsfaktoren einfach im Moment da. Ja, vielleicht kurzfristig doch mal einen kleinen Short mit dem Ziel in Richtung 15.000 Zähler. Nichtsdestotrotz, ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen Handelstag. Bleiben Sie gesund und bis morgen. Ciao. Bis zum nächsten Mal.